Herzlich willkommen zu unserer Asklepios-Informationssendung im Internet. Heute geht es um Operationen bzw. es geht um die Spuren, die Sie hinterlassen. Viele sagen ja, wenn es schon eine Operation sein soll, dann soll danach möglichst nur eine kleine Narbe bleiben oder am besten gar keine minimalinvasive Chirurgie, ist da so ein Stichwort. Und die soll ja sogar für künstliche Gelenke möglich sein, vielleicht ja auch für diese Hüftprothese, die ich hier in der Hand halte. Bei mir sitzt Dr. Oliver Niggemeier. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios-Klinikum in Rissen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Niggemeier. Schön, dass Sie da sind. Angenommen, es wäre entschieden, dass eine Operation stattfinden muss und Sie sollten diese Prothese implantieren beim Patienten. Welche Möglichkeiten haben Sie da? Wir haben im Prinzip das, was Sie eben skizziert haben, die Schlüssellochchirurgie, in der Endoprothetik, also in der Versorgung mit künstlichen Gelenken, noch nicht komplett implementieren können. Das liegt daran, dass wir dieses Werkstück ja in den Körper hineinbringen müssen. Bei der Schlüssellochchirurgie verfahren wir ja endoskopisch, das heißt, wir schauen in die Gelenke hinein mit einer feinen Optik und können dann im Gelenk Reparaturen vornehmen, Schäden beheben. Das ist etwas, was wir, wenn das Gelenk erhalten bleibt, durchaus an Knie und Hüfte durchführen können. Das gelingt aber nicht, wenn wir Implantate in das Gelenk einbringen müssen. Wenn Sie also jetzt ein solches Werkstück, wenn ich Ihnen das einmal abnehmen darf, Wenn Sie das in den Körper einbringen wollen und haben einen Zugangsweg, der so klein ist, dass Sie eigentlich nur mit einer kleinen Optik im Gelenk arbeiten wollen, dann können Sie dieses Implantat nicht in den Körper hineinbringen. Sie brauchen also einen kleinen Hautschnitt. Und Hautschnitt bedeutet immer, man muss zumindest einige Zentimeter die Haut eröffnen. Und was dann für uns relevant ist, wir wollen ja nicht nur die Haut möglichst klein und schonend behandeln, sondern vor allen Dingen auch das, was darunter liegt, also die Muskulatur. Denn die wird hinterher das Gelenk bewegen und die brauchen wir in einem guten, funktionsfähigen Zustand. Wie klein kann denn also der Schnitt sein? Wir gehen davon aus, dass wir bei der minimalinvasiven Chirurgie, das ist jetzt so ein Stichwort, was vor allen Dingen sich auf die kosmetischen Aspekte bezieht, mit einer Hüftversorgung bei einer Schnittlänge von etwa 6 bis 8 cm ausreichende Übersicht im Gelenkraum haben, um ein solches Implantat platzieren zu können und zugleich möglichst wenig Haut eröffnen zu müssen. Und wie funktioniert das dann? Wie bekommen Sie das Gelenk dann da hinein, die Prothese? Ich habe hier einmal ein Modell mitgebracht, um das sozusagen noch ein bisschen genauer zu erläutern. Wir haben hier ein Hüftgelenksmodell, das sich im Körper im Prinzip etwa so in uns drinnen befindet. Sie sehen jetzt hier große Muskelgruppen, die das Gelenk führen, die auch sehr relevant sind, um das Hüftgelenk, was Sie erst hier innen drin in Bewegung sehen, bewegen zu können. Sie sehen jetzt schon, dieser Muskel scheint eine Funktion zu haben, wenn wir das Hüftgelenk beugen. Das ist der große Hüftbeugemuskel, der von innen aus der Beckenschaufel und von der Lendenwirbelsäule kommt. Wir haben hier außen, das geht dann Richtung Gesäß oder Hüftaußenseite, die großen Gesäßmuskeln, die das Gelenk sozusagen stabil halten, wenn wir auf einem Bein stehen, die das Bein also nach außen abspreizen können. Diese beiden Muskelgruppen sind für uns sehr relevant, um das Gelenk adäquat bewegen zu können. Wenn wir diese Muskelgruppen erhalten können, dann wird danach das Hüftgelenk hier innen drin auch gut funktionieren können. Können Sie uns zeigen, wo die Prothese jetzt genau sitzen würde, da an diesem Knochen? Ich halte die mal da hin. Dieses Gelenk kann man jetzt nicht ausrenken, wie wir es sozusagen bräuchten. Aber die Prothese käme jetzt sozusagen von oben in den Knochen innen hinein. Und der Kopf, den wir hier aufgesteckt sehen, der würde in der Gelenkpfanne, also hier innenseitig, in einem Metallschalenkonstrukt mit einer Innenschale aus Hartkunststoff oder Keramik sozusagen seinen gegenläufigen Partner finden. Das Ganze gleitet im Prinzip dann ineinander, wie ein Kopf und ein Pfannengelenk es im natürlichen Zustand auch tun. Wichtig ist jetzt in den Zugängen, dass wir entweder dieses kleine vordere Fenster, wie Sie es hier schon sehen, verwenden, um zum Hüftgelenk vorzugehen. Oder, das ist eine zweite Möglichkeit, von hinten diesen einen Muskel abnehmen, einen Muskel, der das Gelenk nach außen dreht, und haben dann die Möglichkeit, von hinten an das Gelenk heranzukommen und die Prothese zu positionieren. Das sind im Prinzip unsere beiden Hauptzugangswege. Es gibt noch einen dritten, bei dem man einen Teil des Gesäßmuskels absetzt, der aber eine erhebliche wichtige Bedeutung hat für die Stabilität im Hüftgelenk. Was heißt absetzen? Den man bei der Operation zum Zugang zum Hüftgelenk ein klein wenig vom Knochen ablöst, hinterher dort wieder an diese blauschraffierte Fläche ansetzt, um das Gelenk wieder stabil zu bekommen. Dieser Einheilvorgang führt bisweilen dazu, dass zu Anfang nach der Operation die Patienten noch nicht richtig gut stabil das Gelenk im Einbeinstand kontrollieren können. Jetzt reden wir ja erst einmal darüber, wie es denn wäre, wenn man möglichst wenig öffnet, möglichst wenig verletzt. Das hört sich ja auf Anhieb so an, als hätte das ganz viele Vorteile. Hat das auch Nachteile für den Patienten? Der Nachteil wird immer der sein, dass wir natürlich je weniger wir absetzen, umso weniger Übersicht haben. Sie müssen ja, um die Implantatkomponenten sicher und korrekt positionieren zu können, eine möglichst genaue Übersicht haben, wo denn diese Implantatkomponenten sozusagen referenziert werden, wo sie denn nun hingehören. Einfach gesprochen, ob ich die Prothese in den Oberschenkelknochen gerade oder ein bisschen verkantet oder verdreht einsetze, das kann für den Patienten eine erhebliche Bedeutung haben. Er humpelt dann? Es kann sein, dass er humpelt. Es kann auch sein, dass das Implantat nicht so lange hält, wie wir uns das wünschen, weil einfach die Positionierung nicht optimal ist. Und es kann auch sein, dass das Hüftgelenk nicht stabil geführt ist und auch mal auskugeln kann. Diese Dinge können immer dann passieren, wenn man das Implantat nicht korrekt positioniert, wie es die Anatomie vorgibt. Das heißt, wir brauchen ein Minimum an Übersicht, um in dem Gelenk auch adäquat positionieren zu können, was dort hineingehört, nämlich diese Implantate. Und für welche Art der Operation plädieren Sie? Ich plädiere dafür, dass Sie sich, wenn Sie sich für eine Operation entscheiden, Ihren Operateur fragen, wie viele dieser Zugänge er denn standardmäßig beherrscht und wie viele Operationen er mit welchem Zugang versorgt und welche Idee dahinter steckt. Das heißt, Sie können Ihren Operateur gerne fragen, warum machen Sie das denn? Und wenn er Ihnen dann sagt, er wählt aufgrund anatomischer Besonderheiten oder aufgrund von Implantatbesonderheiten den einen oder anderen Zugang, dann sind Sie sehr wahrscheinlich an der richtigen Adresse. Kann man denn überhaupt auch bei jedem Patienten vorab entscheiden, ob man einen kurzen Schnitt macht oder einen langen? Im Regelfall können Sie das recht gut. Die Möglichkeiten, die Sie mittlerweile haben, die auch standardisiert in den großen versorgenden Zentren implementiert sind, sind so, dass Sie vorab eine Röntgenaufnahme machen und an dieser Röntgenaufnahme eine Operationsplanung vornehmen können mit den gängigen Implantaten, die Sie zur Verfügung haben. Und Sie können dann sehr genau sehen, ob das Implantat geeignet ist oder nicht und anhand des Implantates auch entscheiden, welcher Zugangsweg geeignet ist. Hat das auch etwas damit zu tun, ob die Prothese zementiert werden soll oder nicht? Oder ist das unabhängig davon, wie lange der Schnitt nachher auf der Hüfte, auf der Haut ist? Das ist davon unabhängig. Die Zementierung entweder der Pfanne oder des Schaftes oder beider Komponenten erfolgt über den gleichen Zugang und man setzt das Implantat nur mit etwas Knochenzement in den Knochen ein. Aber das hat für den Zugangsweg und die Größe des Schnitts keine Bewandtnis. Wenn Patienten zu Ihnen kommen, wer sagt denn, dass er gerne möglichst eine kurze Spur nur auf der Haut sehen möchte oder am liebsten gar keine? Das ist eine ganz interessante Frage. Wir haben relativ häufig Patienten, die zu uns kommen und diese kosmetischen Anforderungen an uns stellen, die sich sehr stark vorher informiert haben. Wir wissen auch, dass es eine Diskussion ist, die weniger von der Fachpresse als mehr von der Laienpresse oder von den Laienmedien befeuert wird. Es ist in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen abgeebbt, aber zumindest die kosmetische Situation wird weniger in der Fachpresse als in der Laienpresse diskutiert. Das bedeutet im Grunde genommen, dass dahinter vielleicht auch so eine Angst steckt, je größer von außen die Narbe, desto weniger wird die Hüfte halten. Denn man sagt ja auch immer wieder, Gelenke müssen nach einer Zeit erneuert werden und ein Patient lebt ja auch immer mit der Angst, sich dieses künstliche Gelenk auszukuggeln. Das stimmt. Man hat natürlich bisweilen schon die Sorge, dass man mit einem großen Schnitt auch innerlich mit einem großen Schaden oder einem großen Operationstrauma zu rechnen hat. Das stimmt bestimmt nicht immer. Bisweilen mag das so sein. Aber sehr häufig ist es auch so, dass einfach Weichteilsituationen, zum Beispiel je nachdem, ganz salopp gesprochen, wie viel Speck jemand auch auf den Hüften trägt, bedingen, dass der Schnitt ein bisschen länger sein muss. Aber der innerliche Muskelzustand muss davon nicht immer betroffen sein. Wenn wir davon ausgehen, dass gerade Frauen vielleicht auch wenige Spuren auf der Haut behalten wollen und man dann sieht, dass diese Narbe ja doch am Anfang so richtig ein blauer Strich ist und dann nach einigen Wochen erst ein roter Strich, kann die jemals wirklich verblassen? In einigen Fällen, das hängt aber auch sehr vom Hauttyp ab, also von der Konstitution, die Sie haben, verbleibt ein sogenanntes Keloid, eine Narbe, die etwas prominent und auch etwas derbe erscheint. Das ist dann etwas, was bisweilen auch mit einer Korrektur durch einen plastischen Chirurgen sich sehr gut regeln lässt. Sie können aber auch speziell bei diesem Zugang über das Gesäß einen Schnitt wählen, bei dem Sie zumindest Badeanzug- bzw. bikinifähig wären, weil das, was Sie dann an Schnitt haben, im wesentlichen Anteil unter dem Badeanzug oder dem Unterteil des Bikinis verschwindet. Wenn man so eine Prothese trägt als Patient, worauf muss man grundsätzlich achten für den Rest seines Lebens? Ganz prinzipiell gilt, es handelt sich nicht um das körpereigene Gelenk, sondern um ein Ersatzteil, im wahrsten Sinne des Wortes, und Sie müssen es entsprechend auch pflegen und behandeln. Sie werden im Rahmen Ihrer Rehabilitation nach der Operation sehr genau erfahren, was Sie mit dem Gelenk alles tun dürfen. Im Wesentlichen geht es darum, Arbeiten in Zwangshaltungen zu vermeiden. Was heißt das? Zum Beispiel bei gekauerte Haltungen Fliesen zu verlegen oder irgendwelche unbequemen Stellungen einzunehmen, um irgendwelche Verrichtungen im Haushalt vorzunehmen. Diese Dinge sind definitiv nicht geeignet, weil dabei das Gelenk auch gefährdet ist, einmal auszurenken. Des Weiteren sollten Sie nicht schwere Lasten bewegen, weil durch die Hebelkräfte das Ganze an Gewicht auf das Hüftgelenk übertragen werden kann und dann ein Vielfaches des Körpergewichtes auf dem Gelenk lasten kann. Das führt zu einem hohen Stress zwischen dem Implantat und dem Knochen. Das heißt, die Belastung geht in der Spitze auf ein Vielfaches des Körpergewichts nach oben. Auch das sollten Sie unterlassen. Was heißt schwer? In dem Sinne sind das dann schon Einkaufstaschen? Einkaufstaschen, die so um die 5 Kilo bedeuten, sind es nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Wasserkasten oder Ähnliches nach Hause trägt, ist man schon an einer Grenze. Das sollte man also nicht den lieben langen Tag machen. Wenn das einmal passiert oder wenn man das einmal in der Woche tut, ist das sicherlich nicht von Schaden. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, bei 10 kg Gewicht, die Sie tragen, kommt ein Vielfaches an Gewicht auf das Hüftgelenk über die Hebelkräfte, wenn Sie eine solche Last zum Beispiel vor dem Bauch oder vor der Brust tragen, wie diesen Wasserkasten, von dem wir gerade sprechen. Nun sind ja die Patienten, die sich eine künstliche Hüfte einsetzen, nicht unbedingt mehr die Jüngsten. Damit spielt auch Gewicht, Körpergewicht eine Rolle. Heißt das dann, dass man das ab einem gewissen Körpergewicht gar nicht machen sollte mit einer künstlichen Hüfte? Das ist richtig, dass das Körpergewicht eine große Rolle spielt. Und zwar dahingehend, dass auch da die Hebelkräfte wieder ein Vielfaches an Gewicht auf das Implantat bringen. Es wird allerdings in vielen Kliniken noch propagiert, nehmen Sie erst mal 20, 30, 50 kg ab und kommen Sie dann zur Operation. Das ist für Patienten, die einen Hüftgelenkschaden oder auch Kniegelenkschaden haben, schlichtweg unmöglich. Die können sich nicht bewegen, um adäquat Gewicht zu verlieren. Wir haben bei uns im Klinikum ein Adipositas-Zentrum, also eine Spezialeinrichtung, bei der wir übergewichtige Patienten behandeln. Und wir machen die Erfahrung, dass wir diese Patienten eher frühzeitig operieren, um ihnen mit dem neuen Gelenk auch die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen und Gewicht abzubauen. Was dann begleitend durch die Maßnahmen, die im Adipositas-Zentrum passieren, durchaus gut gelingen kann. Es gibt ja auch die Theorie, je übergewichtiger der Patient ist, desto weniger bewegt er sich und am Ende rechnet sich das auf, was die Belastung des künstlichen Gelenks angeht. Das ist ja das, was ich gerade meinte, dass man das eigentlich dadurch so ein bisschen umkehren kann. Wenn der Patient sein neues Gelenk bekommt und sich dann auch wieder mehr bewegen kann, dass er dann im Prinzip, was das Körpergewicht angeht, Raschgewicht abbauen kann. Häufig wird ja auch darüber diskutiert, in welchem Alter man sein sollte, wenn man die Hüfte auswechselt, zum Beispiel, weil das eine Steilhüfte gewesen ist in der Kindheit, die nicht ausgeglichen worden ist. Manchmal liest man, bis 50 solltest du schon warten, bis du es tust. Was sagen Sie? Es geht immer nach den Beschwerden. Also wir haben ja bei vielen Patienten eine Situation, dass man durchaus, wenn der Leidensdruck nicht besonders groß ist, noch ein bisschen zuwarten kann. Und das sollte auch jeder tun, denn, wie ich eben schon gesagt habe, es handelt sich um einen Ersatzteil. Und das sollte man erst dann wirklich verwenden, wenn es absolut unumgänglich ist. Wenn aber jetzt ein junger Patient, wie Sie es gerade skizzieren, mit einer Steilhüfte, die vielleicht im Kindesalter übersehen wurde, 30, 35 Jahre alt ist und sich mit erheblichen Beschwerden quält, kann man dem schlecht sagen, jetzt warte mal, bis du 50 bist. Das wird der nicht mitmachen. Das wird auch letzten Endes den Anforderungen an unser Gesundheitssystem nicht gerecht. Der Anspruch sollte sein, diesen Patienten so zu versorgen, dass er aktiv sein Leben gestalten kann, dass er auch im Arbeitsprozess beschäftigt werden kann, damit er definitiv das, was er mit einem Hüftgelenk sonst auch tun könnte, auch wirklich machen kann. Vielen Dank, Herr Dr. Negemeier, für dieses spannende Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt bei uns. Und ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns reinklicken unter www.astlepios.com-nachtvorlesung oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017